Reicht nicht knapp. Wie viel Zeit haben wir da noch? Anderthalb Stunden, 1,35. Ja. Rolf ist nett und charmant, der kann mit Geld umgehen. Der hat nen Look mitentwickeln. Er weiß genau wie Hase läuft. Jetzt wird's S.M. Rolf, bitte. Pass in den Laden, 1A. 1A ist wie der Schäfte aus dem Laden, der Rolf, oder? Schau mal, schwarz. Sehr gut, passt. Das ist mein guter Freund Rolf, der mich auch ausstocket, der mich einkleidet, der kümmert sich darum, was ich trage. Das muss ich festlegen. Enggals mit Oberthal, Schal, Kartik und Strickjagel. Wie viel Zeit haben wir brauchen? 2 Stunden 27 noch. Alter, jetzt geht's los. Alter, jetzt geht's los. Wenn ich an Strick und Wolle denke, denke ich an Land, so wie wir hier sind. Skandinavien, Norwegen, Schweden. Ja. Bisschen vielleicht britisch, Schottland, Irland. Wir müssen auch zahlen. Richtig, total streng. Aber ich muss sagen, Rolf ist perfekt. Der kann sich doch jeder wünschen, so einen Rolf. Der ist charmant, organisiert. Der kann rechnen. Der weiß, wie es geht. Der weiß, wie es tut. Und jetzt geht's. Vielen Dank.